Euch erwartet das maximale Chaos, zusammengestellt aus diesen 6 Leuten und einer unfassbar schwierigen Minecraft-Challenge. Klingt nach einer Menge Spaß. Glaubt mir, den hatte ich definitiv. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, damit wir bald die 1,5 Millionen Abonnenten knacken können und schreibt in die Kommentare, ob ihr hiervon mehr sehen wollt. Viel Spaß mit dem Video! Habt ihr mir zugehört, als ich euch erklärt habe, was wir jetzt machen werden? Nö. Ich sag dir ehrlich, ich hab's nicht zugehört, aber ich hab's nicht mitbekommen. Also hast du nicht zugehört, hä? Ist nicht. Es ist relativ selbsterklärt. Wir machen heute die große Minecraft-Challenge-Chaos-Party. Wir werden heute eine Challenge spielen. Wir werden versuchen, den Ender daran zu töten und währenddessen werden uns immer wieder kleine Mini-Challenges und Einschränkungen erwarten. Es wird ziemlich selbsterklärend sein, wenn eine Challenge verkackt wird oder eine Einschränkung. Ähm, naja, ihr werdet's... Es wird oben groß stehen. Ihr werdet alles verstehen. Lasst unbedingt einen Like da, schaut bei den anderen vorbei und schreibt in die Kommentare, wenn wir sowas häufiger machen sollen. Ähm... Was ist hier mit Spiegel ab, Bro? Ihr werdet gleich sehen, oben wird zum Beispiel die erste Art Einschränkung kommen und das ist vielleicht sogar zu unserem Vorteil, denn haben wir jetzt... Oh mein Gott! Für fünf... Für fünf... Für fünf Minuten Speed 10. Ist jetzt erstmal ganz gut, aber glaubt mir, da können noch ein paar andere Sachen kommen, die schwierig werden und, ähm, sehr stressig. Ich würde sagen, jeder kümmert sich erstmal darum, irgendwie ein bisschen Standard-Equip zu bekommen. Das wird schwierig. Wir sind sechs Leute und haben zwei Bäume. Ich, ähm, ja, ich laufe schon mal weiter weg zu dem anderen Baum da hinten. Isa, ich überlasse ihn dir doch gerne. Alright, wo gibt's hier Bäume? Ich nehme mir den da hinten. Ah, da sind schon alle dran. Hallo. Sorry, ich wollte mich reinschreiben. Darf ich gegen seinen Töten? Warte, wenn jemand stirbt, dann... Nein, 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 nein. Oh, mein... Was ist, wenn jemand stirbt? Ja, nicht töten, wenn... Also, das ist wie... Sorry, hab ich dir ja gesagt, aber... Ach so, warte mal, wenn wir sterben, ist es vorbei? Ja, klar, du bist hier bei Basti Gerg, ne, ne? Also, wir machen hier schon ernst. Also, logischerweise, bitte sterbt nicht. Außer, es kann sein... Kleiner Spoiler. Vielleicht gibt's auch eine Aufgabe, bei der jemand sterben muss. Freunde, ich hab einen Pillager Outpost gefunden. Dann muss ein Dorf in der Nähe sein. Ey, ey, Kürbisse für End. Ja, sehr... Kevin, die gefälzt, wie Kevin heute motiviert am Start. Dicke, hab zwei Stück. Basti kriegt einen, der braucht den. Ja, ich brauch zwei. Also, ich würde in Richtung Nordwesten mal auf den Ozean rausfahren und würde mich mal nach Shipwrecks umgucken, um vielleicht noch mal ein bisschen Essen heranzuholen. Wenn dort oben gleich reintrittisch Netherite-Farm stehen würde, hättet ihr damit ein Problem? Ey, gar nicht rein. Imagine, du trickst uns jetzt rein und hast dir da so Netherite-Beacon bauen. 24 Stunden. Imagine. Warte mal, es ist doch genau der Squad, oder? Ja, es sind auch nicht so vier Leute weniger oder so, ne? Ein Korrekt. Ja, 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 also... War letztes Mal noch eher anderes dabei? Hey, Leute, hier ist Kermit. Hey, immer wenn ich kaufe, sagst du nur K. Freunde? Oh, scheiße. War der Effekt? Naja, es wird bald das nächste Ange... Oh, sehr gut. Koordinaten gerne in den Chat schreiben, da treffen wir uns. 120, 650. Oh, oh, oh. Ich sterbe! Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich! Darf ich, darf ich, darf ich! Bitte nur einer! Ich bin schon dabei! Ja, okay, das macht Sinn, Stegi hat am wenigsten Essen. Zwei Herzen! Ich bin halb, es hat da, wo es folgert. Warum haben wir uns gerade alle darum gestritten, während erster Stülp? Also, es muss einer auf jeden Fall in zweieinhalb Minuten hinbekommen zu sterben, das ist... Ich, 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 ich! Ja, dann Stegi, mach doch schon! Ey, Stegi, Applaus für Stegi, Stegi ist der Beste! Ey, ganz schön! So, Freunde, ich habe auch alle Kürbisse. Ich habe Kürbisse für das For The Whole Team. All right, dann treffen wir uns alle beim Dorf, all right? All right? Ja. Ey, das ist wirklich 1.000 Böcke, ne? Also, ich glaube, wo gehe ich nicht, weil... Ja, kriegen wir hin, das wird auch jetzt gerade, es wird glücklicherweise auch gerade nicht Nacht. Cool. Ich werde sterben. Oh real. Ich werde sterben. Nein. Kann man eine Spinne in den Brot sitzen? Nein, nein. Baut dich doch einfach. Es ist eine Spinne, ich kann mich nicht wovon. Kill dich! Mit was? Nee, kill dich! Ich habe nur eine Hand. Ja, dann mach mit Hand, sei wacher. Kevin, komm, ich rette dich! Oh mein Gott, Basti! Schnabel! Oh mein Gott. Ich sterbe. Könnt ihr bitte aufhören? Nicht sterben. Es läuft gerade nicht mal eine Mini-Challenge, ne? Und ihr macht es jetzt schon schlapp. Ja, dunkel. Buchen geht wieder auf, so wie bei dem Essensprojekt mit Trimax. Oh mein Gott, Digga. Ich wurde gezwungen, aufzuhören. Junge. Also waren die anderen Macher und du warst ein Lacher? Nein, ich wusste aber für uns. So peinlich, for real. Ähm, Leute. Ähm. Kein W? Kein W mehr drücken. Kein W gedrückt. Kein W, nie wieder W. Kein W. Kein W. Trüben, oder können wir es nicht drücken? Du sollst, wenn du einmal W drückst, sind wir tot. Bewegt euch nur noch mit A, S und D vor. Okay, was ist denn ich? Spiel mit Feiltasten. Willkommen in den Chat schreibe. Ich spiele mit Feiltasten. Ich spiele mit Feiltasten. Ja, trotzdem, nicht nach vorne laufen. Auch wenn du mit Feiltasten spielst, Hugo. Kann man Willkommen reinschreiben oder ist dann auch tot? Dann bitte versuchst du es, als kränzst du es? Also, ich will es schreien. Okay, geht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wichtiger, du bist ein Boss. Challenge ist fake. Ihr könnt trotzdem B drücken. Ich glaube, ihr versteht jetzt so ein bisschen, dass das beispielsweise jetzt im End, während so dem Drachenkampf, schon ein bisschen ungünstig sein könnte. Nee. Ey, es ist gar nicht, es ist gar nicht anstrengend. Ja. Und sonst so, Digger, ich fahre an eine Jeep in einem halben Block pro Sekunde. Also, ich finde es lustig, weil hier können wir jetzt gerade so Rückwärtsfahrlichter und so diesen Sound, diesen Piep-Sound von einem LKW einfügen. Ich habe schon reingeguckt. Okay, und was hast du dann gemacht? Also, einfach nur mit Boot oder so gemacht. So, was ist denn jetzt los? Warte, was ist jetzt? Ist vorbei? Hugo, also, ich stehe immer mal vor. Hugo, Digger. Ist jetzt der Huber? Aber Phil, ich fühle mich verloren. Digger, du kannst auch einen Block-Klatsch machen. Ah, ist schon vorbei, ne? Hugo, hast du W gedrückt? Oh, Digger. Ich hab's sogar in den Kork, Mann. Try Nummer 2. Bitte tötet euch nicht gegenseitig. Ich hab Fleisch. Ah, ne, ich esse nicht. Sorry. Ist schon okay. So, ist passiert. Oh, ähm. Alle weg. Ich geh Richtung Süden. Ich geh Richtung Süden. Guckt einfach, dass niemand neben euch ist. Bitte. Ich stelle euch vor, wir müssen in so 45 Sekunden alle 43 Blöcke auseinander sein. Aber perfekt. Also, es muss 43 Blöcke auch bleiben. Also, da würde ich direkt Slash Reset machen. Weil die Rechnung mit den Leuten, also, das ist, also, nicht sehr impossible. Aber Aufgabe 1. Achso, jetzt haben wir. Ich dachte, man muss länger das bleiben. Jetzt, jetzt müssen wir 5 Minuten weiterhin auseinander bleiben. Also, ich würde sagen, bewegt euch am besten einfach gar nicht so viel. Weil nicht, dass wir aus Versehen ineinander laufen. Dann habt ihr jetzt genug Zeit, um mich erstmal Equip zu machen. Holt euch ein bisschen Stein-Stuff. Essen. Easy. Habt ihr schon den neuen Mario-Film geschaut? Ja, der war so cool, Bette. Na, der geht nicht so cool. Die Story war nicht so gut. Ey, nicht spoilern, nicht spoilern, bitte. Nicht spoilern, what the fuck. Wenn dein Kinofilm länger als 2 Wochen draußen ist, dann ist es erlaubt, ihn jetzt zu spoilern. Wer noch nicht geguckt hat, selber schuld. What? Bro, wer ist von euch zu mir gekommen? Ich habe gesagt, ich gehe Richtung Norden, Bro. Wie sagt man, alle guten Dinge sind 3, oder? Freunde, hey. Let's go. Ich gehe jetzt schon mal freiwillig 43 Blöcke von euch. Mensch, warte. Die Stürbung. Damage ist gleich im Inventar hier. Alright. Es wird ja bestimmt jetzt nicht so langsam. Leute, kriegen wir das hin, 14 Minuten? Ich equipp mich jetzt nicht. 14 Minuten, kein Damage zu bekommen. Kriegen wir das hin? 14 Minuten? Habt ihr gekleert bekommen? Nein. Warum machst du schon, Junge? Ich sag, er prankt. Hugo prankt. Nein, nein, nein. Hugo prankt. Hey, Traitor. Okay, dann ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Das ist ja geil. Dann gehe ich jetzt zu Hugo und schlag den Todding. Achso, stimmt. 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 Schlag ihn einfach, dann verliert er den Inventar. Nochmal eine kleine Randinformation. Diese Challenge, weil die jetzt ein bisschen länger geht, wird sich sehr wahrscheinlich mit einer anderen dann zusammen stacken. Also es können maximal drei Stück da oben auch stehen. Also alle fünf Minuten kommt eine neue? Das ist geil. Nee, alle zwei bis neun Minuten. Wollen wir es wieder so hinbekommen, so ein bisschen, dass wir wenigstens ein Dorf zusammen finden und im Dorf dann alle uns wieder treffen? Super, das ist auch gut. Ähm, Freunde, da kommt eine neue Challenge rein. Nein, das ist doch toll jetzt. Nicht springen. Ja, ist doch easy. Aber im Wasser darf ich nach oben schwimmen? Willst du es ja auswählen? Nein, nein, nein. Nicht ganz oben. Ich würde es ehrlich gesagt einfach nicht riskieren. 15 Minuten. Ja, gar nicht. Soll ich das denn machen? Ja, ja, ich bin auf dem, ich bin auf dem Dings. Digga. Bro, what? Papa Platte ist gesprungen. Moment, ich lese ganz kurz. Papa Platte ist gesprungen. Digga, ich werde sonst ertrunken, Bro. Was soll ich machen? Bro, das macht gar keinen Sinn. Holy shit. Ja, Bro, die Tellen sind so verbuggt. Wow. Ich liebe es, Leute. Es ist so geil. Ja, gut, Freunde. Alle guten Dinge sind vier. Mann, ich habe die letzten fünf Herz nur noch. Oh, sorry. Können wir nochmal slash heal everybody machen? Den gibt es nicht, den komme. Everybody, Digga. Leute, jetzt nicht die Moral. Ja, jetzt hier nicht die, nicht das Gesicht verlieren. So ein bisschen. Power, Powerplay. Power, Energy. Schaden, was ist das? Wir müssen hochstecken, hochstecken. Oh, wir müssen hochstecken. Wir müssen in dieser Zeit 1108 Herzen nicht sterben. Das schaffen wir niemals. Das ist so viel Essen. Wir müssen dabei voll viel Essen und so. Das ist so viel Essen. Neun Minuten. Ey, wir bauen ein Dorf. Einer muss für ein Dorf gehen. Wir werden uns gleich schon Schaden nehmen. Erstensquelle. Ich gehe so, Basti, ich schlage ihn die ganze Zeit und er muss essen. Ich gehe aufs Dorf. Ich habe schon mal drei. 1000? Wie sollen wir denn 1108 schaffen? Warte, ich werfe dir das Essen rein, okay? Ey, alles gut. Wir haben schon fünf. Okay, ich droppe hier das Essen. Hier, brate. Let's go. Come on, wir schaffen das. Wir schaffen das. Oh, wir haben echt viel Essen. Okay. Hau mal mit der Axt oder so. Daufe der Axt ist besser. Bro, Alter, ich bin 2-Hit mit der Axt. Hilfe. Nee, mich auch. Mich auch. Das meine ich auch. Ich mache lieber mit der Faust. Die ersten 100, dreieinhalb Minuten. Okay, ihr könnt mich komplett massakrieren. Mich auch. Mich auch. Gib der Jungs zusammenschlag einmal. Komplett noch mehr, 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 mehr. Gib mir mehr. Noch mehr. Ich bin noch mehr. Ich bin noch mehr. Ich bin noch mehr. Stopp, stopp, stopp. Okay, jetzt ich, jetzt mich, jetzt mich, jetzt mich, jetzt mich. Mehr, 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 mehr. Vielleicht auch mal in die Ecke stellen. Ja, Bro. Kein Item dazu. Kein Item einsammeln. Ja, GG. Das schaffen wir nicht. Nein, nein, nein. Darf man auch probieren. Was ist mit den Sachen, die schon im Ofen sind? Zehn, das ist wahrscheinlich einsam. Nein, zieh nicht. Geh an die Wand oder so. 215 minus 40. Ja, baut euch einen. Aber nicht einen sammeln! Nein, was? Bro. Stopp! Sag doch stopp! Sag doch stopp! Nein, nein, niemand ist gestorben. Hey, Freunde, lass uns gemeinsam Minecraft spüren. Ja, let's go. Den Mut vom Anfang und jetzt zum... Was ist das? Okay, alle zusammen, alle zusammen, alle zusammen, wo wir gerade waren. Alles zum Gruppen, Gruppen, Gruppen am Wasser. Lass aber zusammen zum Holz gehen. Damit wir zusammen abbauen. Ja, ja, ja. Lass es traveln. Ah, okay. Steh geht's! Wir haben sogar so eine Grafik als Anzeige, ne? Ja, ja, klar. Okay, lass um den Baum gehen und dann abbauen. Ich geh hoch, ich geh hoch. Komm hoch, hoch, hoch. Ich weiß nicht, geht's auch nach oben. Ey, geht nicht zu hoch, vielleicht geht's auch nach oben. Ja, bleib lieber auf dem Boden. Also, ich weiß nicht, wie viel Bastille dich ausgelacht hat. Kein BASD mehr drücken. Warte mal, was? Macht euch Boote. Einfach nicht bewegen. Fünf, vier, drei, zwei, einen. Wir haben's! Sehr gut! Ey! Wir haben alle voneinander und direkt sterben. Ja! Ich glaube, alle Boote. Ey, Baum? Baum? Baum abbaun? Oder habt ihr alle schon genug? Ey! Speed 10! Ey, jetzt vorsichtig sein! Jetzt vorsichtig sein! Das ist eine gefährliche Kombo! Ey, wir müssen uns nur noch zwei Minuten aushalten mit 20 Blöcken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, ihr wisst da! Ciao, ciao! Ciao! Oh, endlich! Alleine! Oh mein Gott! Let's go! Alter! Du hört sich das geil an! Digga, passt auf, was ich jetzt mache! Hugo, fährt mir nach! Hugo, fährt mir hinterher! Oh mein Gott! Da ist Hugo! Hugo, was war das denn? Oh! Ja, und dann springt ihr gegen die Tür nach! Keine Mausbewegung! Ähm, kriegt ihr das hin? Also, eure Rechte? Wie nach dem, wie lange! Ey, bewegt einfach die Maus nicht, oder? Oh mein Gott! 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 Dann machen wir's nochmal, wa? Ja oder nee? Ready, set, go! Aber dieses Mal wird's sicherlich klappen! Also Dörfer findet man... Oh, hey! Hey! Ach du, Lisa? Hier sind echt wenig Tiere, aber... Hasen könnten trotzdem euch schnell überraschen und geht auch halt weg von Fischen. So, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir mittlerweile diese Challenge über eine Stunde spielen und keiner traut sich mehr was zu sagen, keiner möchte mehr Fehler machen und wir sind langsam schon sauer auf uns gegeneinander, gegenseitig. Ja, yippie! Ach quatsch, ich bin auf keinen sauer! Ja, du hast voll Geld! Aber wir sind auf dich sauer! Oh ne! Nein, nein! Rune Portal! Rune Portal! Rune Portal! Was? Ach so! Ja, ja! Obwohl... Was? Ja, ja, ja! Doch, doch! Ich hab die Frage! Safe, safe! Da gehen wir in den Nether, aber wir sollten uns vorher auf jeden Fall jeder um Essen kümmern. Aber wir haben die erste Challenge gemeistert. Ey, das ist ein gutes Zeichen! Gutes Ob! Let's go! Oh! Alter, wir können stolz auf uns sein! Werden noch nicht, noch nicht! Naja, oh was! Wir können auch mal ein Auge zudrücken, als ob die Challenge jetzt so ausrastet bei 8 Sekunden. Oh! Jeder war brennen! Ich hab'n Feuerzeug! Ich nicht! Ich nicht! Ich hab'n Reportel! Ich hab'n Reportel! Schnell! 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 Wie? Ich hab' das niemals, ich hab' das nicht! Hier ist nichts! Doch, ich hab' das! Magma Block! Nee! Oh mein Gott, hier ist Feuer! Hier ist Feuer! Isar, du musst in Richtung Nordosten! Richtung Nordosten! Warte mal, warte mal, warte mal! Wir haben ein Problem! Ähm... Nicht sterben! Kevin mich auch, bitte! Mich anzünden! Ich betone'n! Ich betone'n! Ich betone'n! Ich betone'n! Unmöglich! Gewehrs! Gewehrs! Ich hab'n! 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 Den mag' ich am Anfang! Nein! Oh, ich hab'n Dorf! Unten! Ja! Ein Dorf! Leider wenig Essen! Ich glaub' jeder müsste ein bisschen Holz farmen und wir müssen fletschern und dann Farmer! Ja! Ist sowieso smart! Wir brauchen ein Ultra für Essen! Wenn dieses Damage-Ding kommt, Alter, wir müssen No-Jur jeder halbe Stack haben! Auf jeden Fall! Ja, irgendwie schon! Du, was ist mit einem Stuhl los? Ja, hört'n den! Ja, wer ist das? Was ist das? Kein W, kein W, kein W! Kein W, 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 kein W! Kein W? Kein W! Kein W! Kein W drücken! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Durchdrücken, durchdrücken! Alle, alle drücken, alle drücken, alle drücken! 4 Minuten, Bro! 5 Minuten! Oh mein Gott! Danach neue Tastatur kaufen! Oh mein Gott! Sieben Minuten meine Tastatur anfassen, Bro! Und dann hab' ich irgendwie, weiß ich nicht, ohne Krankheit! Ich schaff' das nicht! Boah, ich rutsch' ab, ich rutsch' ab! No, ich rutsch' auch ab! No, ich rutsch' auch ab! Man chillt doch, ihr müsst ja jetzt nicht, also ihr müsst nicht die Taste reindrehen, so, also... Frage! Ja? Könnt' ich, könnt' ich unter so'n Half-Slapped gehen und dann chillen? Boah, ich mach' was krasses! Ja, geht das? Hat jemand Half-Slapped dabei? Eigentlich krass' Idee! Boah, ist der cool! Boah, dicker Hugo! Star der Show! Hast du das gemacht? War das ein Image? Hey, mach' mal hier auch mal bitte! Hey, mach' mal hier auch mal bitte! Hey, mach' mal hier auch mal bitte! Hey, mach' mal hier! Ich schlag' dich einfach, okay? Jungs, ich hab' nen Hexenschuss! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer traut sich kurz zu ins Niken? Man, bitte auf! Hey Hugo, du bist so ein Boss! Ich muss schnell zu'n anderes Bleach! Hey, geh' nach ganz oben und mach' ne MLG! Also, geht das jetzt? Also, wenn du's ausprobieren möchtest? Oh mein Gott, try! Neee! Ich weiß nicht! Probier's aus! Probier's aus! Nein, 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 nein! Boah, der Run ist echt gut! Ey, wenn du's machst, wär's so peinlich! Das macht's mir! For real, Shiggy? Mach' mal Energie, bitte! Dicker, oh mein Gott! Mach' so einen mit Wegwerfen! Boah! Bro, ich muss beide, ich muss die Hand von der Tastatur nehmen, ich muss klatschen! Oh mein Gott! Ich muss mir jetzt mit einer fucking Hand die Nase schnauben! Digga! 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 Mann, einfach, weil euch langweilig wurde! Guckt mal bitte ganz kurz! Wir müssen noch 40 Sekunden weh drücken, also kein weh drücken, und 3 Minuten 44 nicht sneaken! Oh mein fucking Gott! Wir hätten das einfach weiter zu Ende warten können! Okay, jetzt wo der Run-Over ist, kann ich kurz sagen, ich hab weh gedrückt! Das hat nicht gezählt, aber keiner hat's gesehen! Oh mein Gott! Der Macher! Ey, wer geht die Runde eigentlich los? Ja, jederzeit, wenn die alle da sind? Ja, let's go! Ey, ich würde jetzt anfangen! Motivation! Alright! Zweiter Versuch! Ich bin Cake-Freund fürs YouTube-Video! Und... Mir geht's go! Oh shit! Bo 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 bo! Let's rein mit dem dritten Flasso! Jeder muss brennen! Oh mein Gott! Jeder muss brennen! Lava, 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 Lava! Alle gucken! Warte hier! Cave, Cave! Cave, Cave! Alle hier rein! Digga! Alle rein! Alle rein! Tuga hat gesagt! Magma! Magma! Oh Magma! Lass Magma train! Magma geht nicht! Bo boi! No joke is carried! Minecraft wird jetzt durchgespielt in der großen XXL Chaos-Gruppe! Das ist der erste Versuch! Ja, deswegen klingen wir auch so! Oh Mann! Oh mein Gott! Oh Scheiße! Ja, aber stellt euch an den Baum und equippt euch! Stellt euch an den Baum und equippt euch! Zwei Minuten! Nein, 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 nein! Zwei Minuten still stehen bleiben! Haben wir eine grobe Richtung, die wir gehen werden? Ähm, so Richtung Nordosten, aber da ist Savanne relativ schnell zu Ende! Ich gehe jetzt ein bisschen mehr wieder Richtung Norden! Nehmt einfach auch Fleisch mit! Wenn jeder so 20 Fleisch hat, dann können wir auch in den Nether gehen, ohne halt ins Dorf gegangen zu sein, ne? Also... Wir brauchen jetzt auch so ein bisschen Eisen halt, so ne? Können wir auch unsere Höhle organisieren! Ich hab Dorf! Wo? Koordinaten! Ja! Ja, ja, dann wartet mal! Also Leute, wir haben jetzt ein Dorf, das ist schon Erfolg für uns, ne? Und wir haben am Anfang keine... Und Lavasee! Direkt nicht mal! Lavasee und Dorf! Wir brauchen 10 Minuten und wir sind alle im Nether! Das haben wir noch nicht einmal geschafft! In 3 Stunden! Das ist der Run! Ich bin so tot! No way! Wiesner, bitte! Ey, das ist ein Baby-Zombie! Mit einem Speer! Hat der einen Speer? Ja, im Wasser! Alright, Freunde! Das kriegt ihr hin, okay? Geht jetzt schnell essen! Geht schnell essen! Ja, jetzt schnell voll essen! Boah, nicht! Essen aus der Hoppa! Essen aus der Hoppa! Essen aus der Hoppa! Vier Minuten! Nichts essen! Einfach auch... Warum? Warum wohl? Wir wollen dein Essen klauen, Hugo! Pass auf! Pass auf! Hugo! Da ist einfach noch so schwer! Ja, ja, greif sagt! Das ist geil! Oh Gott! Oh Gott! Digga, war's? Noch ein Baby? Pass auf! Pass auf! Pass auf! Ich bin sehr gamer! Ihr dürft nichts essen! Ihr könnt jetzt nicht gegen den Trident Atze kämpfen! Ja, Mama! Geiles Ding! Äh, was? Oh! Oh! Digga, Hugo, du hast gegessen! Digga, das darf nicht wahr sein! Digga, warum? Du hast gegessen! Digga, warum? Wie toll für den? Digga! 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 Digga, wie dumm, ey! Digga! Digga! Nein! Was hast du gegessen, Hugo? Was war das? 52 Sekunden hast du's ausgehalten, nicht zu essen! 52 Sekunden! Ja, Isa! Wählerweise! Nein! Nein! Ich bin auf Wasser! Geh raus! Bau dich hoch! Boot! Boot! Alles gut! Oh, easy! Krass, hast du gekriegt! Mitten im Ozean, Junge! Aber warum machst du so eine Show? Digga, also warum die Show? Mach ruhig! Ey, stimmt! Stimmt! Jemand hat einen guten Take gemacht! Es ist nicht das erste Mal, dass Hugo es nicht geschafft hat, nicht zu essen! Digga! Du hast es zweimal verkackt! Oh, shit! Hattest du bei der 7-Tage-Chant hast du... Bei der Scheidungs-Tage hat er auch verkackt! Ich musste aufhören! Speed 10! Digga, true! Digga! Ey, passt auf mit Wasser, ne? Wollen wir... Wollen wir gleich schon los? Bumfass! Ja, Uwe, komm, sag's! Komm, sag's! Komm, sag's! Komm, sag's! Sag's! Ja, los! Halt deine Fresse, Digga! Halt deine Fresse! Ich schreib der Maklerin, dass sie nichts suchen soll für dich wohnungsmäßig! Oh nein, bitte! Sorry, Digga, ich hab geblow, das war superbad!